O-K, hab mich vertan. Hey all zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Ich wollte immer noch, ähm, nein, hier, die Waldsenke ist es tatsächlich, wo ich hin muss. Dann, oh, es ist so wunderschön. Oh mein Gott, es ist so wunderschön. Hier, genau, weil hier komme ich jetzt nämlich auch hoch. Und hier fängt jetzt eine Geschichte an, die ich persönlich auch noch nicht kenne. Also, man darf gespannt sein. Uri, diese Statue kommt mir bekannt vor. Ich habe sie zuvor schon einmal gesehen. Sie fanden das Zuhause. Ich erinnere mich an sie. Oh, die muss aber schon ganz schön alt sein, wenn der Geisterbaum damals noch ein Sprössling war. Oha. Oh, es ist dunkel. Ich habe Angst. Schwarzwurzelgänge. Oh je. Ich sehe gar nichts. Ah. Ah, Hilfe. Oh Gott, ist das, ist das schlimm. Hier unten, da leuchtet noch irgendwas. Huh. Ich will mal versuchen, da hochzukommen. Oh, kann ich aber nicht. Oh, hier kann ich runter. Oh, hier kann ich aber nicht speichern. Oh, verdammt. So, hier speichere ich aber mal kurz. Ich echt Angst habe, hier weiterzumachen. Aua. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das? Das ist ja fies. Aua. Oh Gott. Oh, hier ist eine Tür. Aber da komme ich gar nicht hin, glaube ich. Kann ich hier hin? Ja, hier kann ich hin. Wie komme ich denn hier durch? Komme ich da überhaupt durch? Oh, hi. Oh Gott. Dieses Licht vom Geisterbaum. Es war ein Geschenk von uns. Es wurde Naro überreicht, die an unserer Seite stand. Drücke IT, um die Gegenstand aufzunehmen. Okay, und jetzt? Oh, die Türen verschwinden. Oh, wie cool. So kann ich da dann weiter. Aber ich kann nicht klettern, ne? Nein, klettern kann ich, glaube ich, nicht. Oh, ist das seltsam. Ich sehe überhaupt nichts. Nein, 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 nein. Oh, nein, Mann, oh. Okay. Los, hoch mit dir. Muss die Spinne töten. Nein. Oh, verdammt. Okay. Ich habe keinen Doppelsprung mehr, Mann, oh. Das war nicht so schwer, wenn wegen dem Ding. Oh, das bewegt sich ja. Oh mein Gott. Okay, geschafft. Huh, geschafft. Okay, kann ich hier speichern? Ja. Oh, wundervoll. Gut, hole ich mir direkt zurück. Huh. Knappe Sache. Oh, jetzt sehe ich aber alles. Das ist ja wundervoll. Okay. Oh, was ist das? Was ist das? Voll cool. Okay, ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Ich würde ja gerne eher kommen. Ich speichere hier nochmal. Einfach, einfach weil sicher. Ach Gott. Aua. 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 Oh mein Gott. Ein Leben habe ich noch. Warum leuchten diese Blumen? Ich verstehe es nicht. Deshalb. Okay. Oh. Puh. Geschafft. Huh. Wow. Oh, verdammt. Okay. Aber jetzt weiß ich, was es damit auf sich hat. Aua. Aua. Ich bin runtergefallen. Aua. Scheiße. Aua. Puh. Okay, Leute. Das ist gar nicht so einfach. Au. Nein. 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 Spring doch. Bitte. Bitte. Weiß euch wieder nur ein Leben. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Will ich mit einem Leben speichern? Ich weiß es nicht. Ich traue mich eigentlich gar nicht. Oh. Okay. Ah. So, hier werde ich aber speichern. Oh mein Gott. Okay. Hier geht es weiter. Und hier geht es weiter. Und hier. Ach. Puh. Okay. Ich will aber... Oh nee, geht nicht. Okay. Komm runter. Sei brav. Das ist mega cool. Ich finde das so richtig klasse. Lass mich hier hoch. Ah, okay. Okay. Ist das jetzt vorher auch schon so gewesen? Dass ich da... Irgendwelche... Dass ich da irgendwelche Türen beigeöffnet habe, bei diesen Feuerpflanzen? Kann ich jetzt hier hoch? Muss ich hier hoch? Ist das sinnvoll? Glaube nicht. Ich gehe da einfach vielleicht später nochmal her. Oh. Oh. Ist da eine neue Statue? Okay. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Oh. Voll genial. Es ist überall so dunkel. Oh lala. Ich habe Angst. Hä? Und jetzt? Hilfe wird. Kann ich da dran hüpfen? Nein. Ich gehe einfach erstmal hier kurz weiter. Hier ist ein Baum. Aber ein toter Baum. Warum ist ich ein toter Baum? Oh nein. Oh Gott. Mich das jetzt erschrocken. Mein Gott. Okay. Ich verstehe nicht ganz, wie ich an dem Lichtstrahl vorbeikommen soll, um ehrlich zu sein. Aber das wird sich ja vielleicht noch zeigen. Okay. Dann werde ich hier jetzt auch nochmal speichern. Einfach damit ich nicht ständig hier von vorne anfangen muss. Und dann... Schauen wir mal. Ist wahrscheinlich so eine Art... Obst. Verdammt. So eine Art Rätsel. Ich habe zumindest volle Leben. Das ist schon mal viel wert. So. Da ist. Da ist. Okay. Hier kann ich aber nicht speichern. Nein. Hier kann ich nicht speichern. Okay. Ähm. Kann ich das hier ablegen? Und dann weiter? Natürlich! Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Nein! Gib mir meine Kugel wieder. Ich gebe mir meine Kugel wieder. Okay. Jetzt muss ich notgedrungen sterben. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kriege ich meine Kugel nämlich nicht wieder. Aber jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Logischerweise. Natürlich. Ich kann ja die Kugel auch ablegen. Das ist wahrscheinlich auch einfach der Sinn der Sache. Ich wollte ja die ganze Zeit schon immer irgendwo ablegen, um zu gucken, ob das sinnvoll ist, das zu tun. Aber offensichtlich ist das nicht sinnvoll. Hier. Da ist es jetzt sinnvoll. Ja, durchaus. Huh? Das ist so seltsam. Man ist auf einmal so leicht. Oh. Wow. Wo ist jetzt die Kugel? Ach, da ist sie. Und jetzt? Packen wir die da rein. Wow. 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 Oh, Isino. Obwohl unser Licht in diesem Dunst schwach geworden ist, hat es die Dunkelheit vertrieben, die diesen Ort umgab. Es ist hell. Oh, es ist wunderschön. Es ist hell und wunderschön. Wow. Der ist im Baum. Wartet, lasst mich kurz speichern. Einfach, weil ich Angst habe. Eki wollte zu Naru, doch als er ankam, war sie fort. Er war schnell wie der Wind und sprintete mit Eile. Doch umgeben von Dunkelheit verlief er sich. Oh. Du hast den Sprint gelernt. Drücke RB, um ihn zu nutzen und in eine Blickrichtung zu sprinten. Wow. Holy. Woo. 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 Alter. Okay. Wow. Das ist ziemlich cool. Ja, genau. Bingo. Du hast dein Kartensteinfragment gefunden. Bring es deinen Kartenstein, wenn du ein paar ich der Karte und so weiter. Ja, cool. Wow. Das ist mega cool einfach. Richtig, richtig cool. Oh. Okay. Ist das auch ein Hebel? Ja. Okay. Und wie komme ich da unten hin? Wartet, lass mich mal ganz kurz. Oha. Oha. Aua. Das muss ja mal richtig schnell sein. Meine Fresse. Okay. Schnell. Nein. 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 Ach, scheiße. 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 Nochmal von vorne. Jetzt kann ich hier ein bisschen farmen. Finde ich auch ganz cool. Hier könnte ich sogar runter. Will ich das? Ich weiß es nicht. Erstmal nicht. Erstmal will ich versuchen, dieses Ding da in der Ecke zu holen. Okay. Okay, los geht's. Und geduscht. Geduscht, duscht. Ha, geschafft. Wuhu. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Verdammt, da hätte ich vielleicht doch runtergehen sollen. Naja, vielleicht finde ich ja noch einen Weg, um wieder zurückzukommen. Wow! Ah! Oh Gott! Oh nein! Oh Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich doch gespeichert. Mann. Okay, ich werde jetzt erstmal alle Gegner hier ausschalten. Das erscheint mir dann doch am sinnvollsten. Aua. Zwei Leben noch, yay. Aua. Heiliger, was ist denn hier los? Meine Güte. Okay, jetzt habe ich es aber. Mann, Mann, Mann. Aua. Okay, ich gehe doch einmal kurz hier runter. Der Verlorene? Nein. Nein. Nicht, dass ich jetzt gleich hier nicht mehr hochkomme. Ich speichere hier mal. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Ach, gut, dass ich gespeichert habe. Ja, doch gut, dass ich gespeichert habe. Nein. Ach, verdammt. Aua. Okay, ja. Sehr gut. Läuft doch klasse. Äh. Hä? Hey, jei, jei. Ich gehe nicht hier nochmal. Okay, kann ich hier speichern? Oh, ich kann hier speichern. Voll gut. Oh. Wow. Oh, das ist so cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Geschafft. Oh. Ey, das ist ja interessant. Diese Schockwelle, die tötet dann auch noch so Viecher. Der Hintergrund ist so cool. Ich habe ein bisschen Angst. Da sehe ich nicht, wo es weitergeht. Oh mein Gott. Okay, speichern. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Okay, wie komme ich da hoch? Ich komme da nicht hoch. Hallo? Ich bin da doch hoch. Vielleicht irgendwie anders. Ich gucke mal. Okay. Wow. Ah. Oh mein Gott. Aha! Na also. Wupp. Okay, da oben ist offensichtlich nichts mehr. Aber offensichtlich ist mir jetzt hier nicht, nicht, nicht genug, ehrlich gesagt. Ich möchte gerne mich selber davon überzeugen. Okay. Speichern. Oh. Ähm. Da komm ich nie im Leben rüber. Nee. Das kann ich vergessen. Nee, 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 nee. Das versuche ich gar nicht erst. Das hat ja so keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Seh nix. Oh. Ups. Okay. Warum habe ich hier gespeichert? Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Ah. Speichern. Sowas von speichern. Hä. Okay. Okay, 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 okay. Frosch. Böser Frosch. Böser Frosch. Weg. Gut, hier komme ich nicht weiter. Sehr schön. Wie ist es mit hier unten? Ah. Oh. Hä. Hö. Ah, da komme ich hin. Da komme ich hin. Da komme ich hin. Da komme ich irgendwie hin. Wie komme ich da hin? Oh doch nicht. Ah. Ah. Aua. 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 Ey, was ist das? Aua. Was war das? Was zum Henker war das für ein Ding? Da war so ein grünes Ding, was mich die ganze Zeit angegriffen hat. Das ist doch kacke. Ach. Ach, das waren noch kleine. Ach, Mann. Noch ein kleines. Weg mit dir. Moment. Äh. Okay. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Okay. Hä? Wie zum Henker soll ich das denn machen? Okay, aber irgendwie... Ich bin das gerade auch alles ein bisschen zu hoch hier. Muss ich denn hier überhaupt her? Ich schätze mal nicht, weil ich hatte da hinten ja auch immer noch einen anderen Weg, den ich gehen konnte. Oh, Verzeihung. Ähm. Ich glaube... Ich sollte mal lieber aufhören. Der Part ist schon relativ lang. Ja. Schon über... Ja. Okay. Ähm. Ich beende den Part mal an der Stelle. Ich war gerade so im Spiel drin, dass ich die Zeit total vergessen habe. Gut. Ich beende den Part mal an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn ich versuche hier irgendwie wieder rauszukommen. Yay. Bis dahin. Ciao. Bye. Tschüss.